hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2021 heute mit dem finale der tour de france quasi in einem double feature einmal das leitfahren vom samstag und die sprint etappe vom sonntag die dann das ende der tour de france auf dem champs elizé besiegelt wir sind immer noch mit dem team ips rail start up nation unterwegs rund um chris flue michael woods und andre greipel leider mussten wir uns in der letzten etappe beschlagen geben was den kampf um das bergtrikot anbelangt und ja haben im prinzip nur noch chancen mit andre greipel auf einen etappensieg bei der 21 etappe dementsprechend werde ich das zeitfahren hier jetzt auch nicht selber fahren da wir in der gesamtwertung keinerlei ambitionen mehr haben und auch niemanden der gut zeit fahren kann aber wir schauen natürlich trotzdem gerne darauf was die konkurrenz so gemacht hat und zwar war hier das team jumbo wismar dominant woud van aert gewinnt das zeitfahren vor tom du moulin und primos roglic landet auf platz 7 das bedeutet im endeffekt die gesamtwertung sieht folgendermaßen aus hat sich noch ein bisschen was getan und zwar verliert alejandro valverde noch deutlich an boden und landet nur auf dem fünften platz der war einen tag zuvor noch auf dem podium und somit sieht dann jetzt die gesamtwertung wie folgt aus primos roglic gewinnt die tourne france sechs minuten und acht sekunden vor garen thomas auf rang 3 damiano caruso sieben minuten 23 zurück und auf den weiteren rängen folgen dann bogaccia valverde almeida mollema kildermann port und badel rundet die top 10 ab natürlich vorausgesetzt auf der letzten etappe tut sich jetzt nichts mehr und keiner scheidet mehr durch einen sturz oder sowas aus ich werbe noch mal kurz einen blick auf das berg class more ja da sehen wir michael woods knapp sechs punkte hinter primos roglic da war leider nichts mehr zu machen nachdem denn martin ausgeschieden ist und auch im kampf ums grüne haben wir leider keine chance mehr davon lasse ich mich jedoch nicht entmutigen und wir starten jetzt auf die letzte etappe 119,4 kilometer auf geht's nach paris leider nicht die allerbeste tagesform für andré greipel aber mike woods mit einer plus zwei den werde ich heute mal anstelle von rick zabel als anfahrer oder als letzten anfahrer für andré greipel benutzen nachdem ja desaster was wir da auf der 19 etappe erfahren mussten stelle ich das jetzt einmal dann entsprechend um ja ausreißen macht glaube ich hier auf der etappe nicht wirklich sinn da behalte ich lieber alle meine fahrer nachher für einen vernünftigen sprintzug auch wenn es wenig erfolgsversprechend ist hier heute auf der etappe gibt es natürlich trotzdem auch immer ausreißversuche wir haben ganz vorne cosnefoix und der rent und dahinter dann einen verfolger mit la tour das sind noch 73 kilometer und wie man das so oft gesehen hat auf den letzten etappen oder allgemein in den drei wochen tobias voss für jumbo wismar hat hier fast immer von vorne er kontrolliert erstmal das renngeschehen was ich mir bislang noch gar nicht angeschaut habe was natürlich auch noch interessant ist auch wenn wir mit greipel da keine chance mehr haben ist der kommt der kampf um das grüne trikot denn vor der etappe haben hier noch diverse leute chancen das am ende abzusahen giacomoni solo hat nur sechs punkte vorsprung vor matz pedersen und zehn punkte vorsprung vor timia lier sowie 17 vor baut van aert also da werden wir mal gucken am ende wer das ding dann mit nach hause nimmt die drei ausreißer wurden nun eingeholt und bevor es gleich in die heiße phase des rennes geht mit der sprint anfahrt will ich einfach noch mal hier die eindrücke auf dem kopfsteinpflaster genießen also die strecke insbesondere hier in paris ist schon sehr detailgetreu nachgebaut ich glaube diese passagen sind ja jedem bekannt auch mit dem berühmten triumphbogen und so weiter ja und ich will die zeit einfach noch mal nutzen um revue passieren zu lassen was hier so geschehen ist bei dieser rundfahrt zwei etappensiege stehen am ende für uns zu buche sowie ja diverse tage die michael woods das gelbe trikot am anfang getragen hat also wir sind gleich super reingestartet woods ein etappensieg gelb getragen und ja überraschenderweise auch mit andré greipel noch einen etappensieg also overall dafür dass es ja israel start-up nation ist muss ich sagen bin ich alles in allem zufrieden ich hätte mir noch ein bisschen mehr von bruce room natürlich erhofft aber dass das insgesamt recht schwer werden würde das habe ich mir schon denken können ich bereite jetzt schon mal die sprint anfahrt vor damit ich hier nicht zu spät dran bin wie es mir leider in den letzten malen oder gerade beim letzten mal ergangen ist ja gut noch 14 kilometer an der stelle möchte ich mich schon einmal herzlich bei euch bedanken fürs zahlreiche einschalten während meines let's plays in pcm 2021 von der diesjährigen tour de france ihr könnt euch auf jeden fall weiterhin auf viel content meinerseits freuen jetzt werde ich auch wieder vermehrt videos bringen von meiner karriere mit dem team kobeka assos da nun nicht mehr täglich ein tour de france video ansteht bislang läuft die sprint anfahrt hier wirklich sehr sehr schön ich hoffe mal da kommen jetzt gleich keine anderen sprinter züge die uns hier das leben noch mal schwer machen wollen tendenziell wieder ein bisschen viel an fahrermaterial noch übrig aber nicht weiter schlimm ja 99 ist vielleicht ein bisschen viel oh jetzt haben wir hier eine lücke gerissen leute oh da muss ich natürlich doch hier alles alles an tempo fahren was ich habe ah die lücke wurde leider wieder geschlossen so jetzt bin ich ein bisschen spät dran michael woods bei 1,2 kilometern ich bin zu früh gegangen mit andré greipe verdammt schade ich habe mich einfach ein bisschen davon gerade hinreißen lassen dass wir eine lücke gerissen hatten und überpaste ja schade schade am ende platz 9 und 10 für woods und greipe aber ja ich dachte ich müsste diese einmalige chance mal versuchen zu verwandeln hat leider am ende nicht so geklappt weil ja ich glaube 99 war da teilweise einfach zu viel für mein team am ende gewinnt recht überraschender weise muss ich sagen hier john den kolb vor peter sagan und wald van aard wir überfliegen mal das gc und sehen keine veränderung was bedeutet das jetzt für die sprint wertung ui kopf an kopf rennen also hier die ersten vier trennen wirklich nicht viele punkte aber im endeffekt bleibt es so wie es zuvor auch war ni solo gewinnt zwei punkte vor mads pedersen hochdünne entscheidung und zehn punkte vor wald van aard also nimmt der italiener vom team kubeka next half hier das grüne trikot mit nach hause und in den nächsten tagen könnt ihr euch dann auch wieder darauf freuen wenn ich meine karriere mit dem team kubeka fortsetze denn auch dort ist natürlich der italienische sprintstar ni solo einer unserer besten männer wenn es darum geht dass wir schon so an ziele erreichen möchten ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt mr luke zockt pro cycling manager 2021 diese videoreihe mit dem team israel start up nation hat mir wirklich viel spaß gemacht die tour de france damit zu begleiten und ja wenn das nächste mal ein ähnliches format ansteht kann ich euch auch gerne mal sagen was ihr denn über ein team beim nächsten mal sehen wollt nun aber genug geredet ich verabschiede mich erst einmal für heute und mache mich dran weiteren content aufzunehmen für diverse tutorials die in nächster zeit noch kommen sowie natürlich einzelne etappen rennen oder auch die von mir angesprochene karriere mit kubeka assos in dem sinne macht's gut und bis zum nächsten mal